Was waren Sie denn vom Beruf? Hausgehilfen Hausgehilfen? Ja Die ganze Leben lang Da habe ich nie mehr Geld verdient Das ganze Leben lang Da habe ich nie mehr Geld verdient Da habe ich ein bisschen schwer arbeiten Was waren Sie denn vom Beruf? Hausgehilfen Hausgehilfen? Ja Das ganze Leben lang Da habe ich nie mehr Geld verdient Da habe ich nie mehr Geld verdient Was waren Sie denn vom Beruf? Hausgehilfen 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 Und was sieht man denn so aus dem Fenster, wenn Sie es rausschauen? Haben Sie gern raus aus dem Fenster? Ja, ja. Zuerst Zeit vertreiben. Zuerst Zeit vertreiben. Da sehe ich die Leute, die vorüber gehen. Ich bin ja sehr einsam. Ich habe zwar einen Fernseher, aber ich mich interessiere damit. Aber ich mich interessiere damit. Und dann gehe ich in den Kirchenpark, die Tauben fittern. Und dann gehe ich in den Kirchenpark, die Tauben fittern. Und dann gehe ich in den Kirchenpark, die Tauben fittern. Und dann gehe ich in den Kirchenpark, die Tauben fittern. Und dann gehe ich in den Kirchenpark, die Tauben fittern. Und dann gehe ich in den Kirchenpark, die Tauben fittern. Was meinen Sie denn vom Beruf? Hausgehilfen. Und Sie schauen gerne mein Fenster aus, oder? Ja, das sehe ich immer was. Aber Sonntag, Sonntag ist kein Verkehr. Aber Sonntag und Wochentag ist schon in der Halse. Was meinen Sie denn vom Beruf? Hausgehilfen. Hausgehilfen? Ja. Kann Sie leben lassen? Da habe ich mir mein Geld verdient. Dann gehe ich in den Kirchenpark, die Tauben füttern. Ich habe ihn im Urlaub. Ich habe ihn. Ich habe ihn im Urlaub. Wenn er in der Halse. Ich habe ihn im Urlaub. Ja, ich habe ihn im Urlaub. Ich habe ihn im Urlaub.